Ach Tobi, was war in der letzten Folge bloß los? Halt die Fresse, du Wichser. Warum? Du hast dich das so schön gedreht. Nee, ich dreh dir gleich mal ein und dann musst du den rauchen, bis du tot umfällst. Nee. Und dann bist du mich als Supermodel siehst. So lange rauchst du die Augen. So, das hier ist ein Deathmatch. Zocken wir wieder mit den üblichen... Hör mal Tobi, nicht solche Ausdrücke hier. Mit den üblichen Verdächtigen, ähm, Deathmatch für die... Ja, wisst ihr, da unten steht die Beschreibung. Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr hier vorzulesen. Weil ich bin ein wenig enttäuscht, da dieser Cheater noch dabei ist. Den kicke ich jetzt erstmal raus. Aber für euch machen wir es natürlich. Wir spielen den Deathmatch-Modus von Rockstar Games. 81% Wertung Spieler 4 bis 8. Beginn des Deathmatches jetzt. So. Oh, West Coast Classics. Leicester Crest. Der wird noch heftig ein Laufstock. Ja. Guteil, äh, machen wir mal. Komm, wir machen mal hier. Machen wir heute mal 20 Minuten. Mal 40 Kills. Ja. Aber ohne Team... Nee, mit Teams ist es besser. Warte mal, wie viele sind wir denn. 2, 4, 5, 6, 7, 8. So. Im Turbinator. Ja. Ja. So, die Sitzung wird gestartet. Oh, es ist in der Nähe von Franklin's und Denise's Haus. Äh, hab ich jetzt Team... Ach, okay, ja. Ich wette mal wieder direkt mal... Ich wette jetzt einfach mal Kackenkreis 1000 Dollar hier. Auf... Slay Massive-Gruppe hier. Steht bei dir eigentlich auch Scharfschützen? Äh, wo? Slay Massive Scharfschützen steht bei mir. Nee, bei mir steht nur Slay Massive. Okay, Tobi, ne? Ja, nein. Es steht halt nur da. Ich kann da auch nichts für, ja? Ja, ich dachte, du bist... Ne? Okay, aber... Ne? Warte, ich brauche noch Haftbomben, warte. 5, 4... Ja, ey. Stell, Tobi, stell, du... Oh, Puh, das war knapp. Wird geladen. Da. Team Deathmatch. Tobi, hat wieder eine Haftwifel in die Hand? Ja. Ähm, ja, Tobias. Na, und? Boah, ich gucke gar nicht so hoch mit der Stimme diesmal, ey. Schade. Ich will ja gerne ins Ohr schreien. Was? Was hier eigentlich ganz gut wäre, wäre so ein Elektrowagen, weil den hörst du kaum. Ja, aber ich glaube, schießen aus dem Auto ist immer scheiße, ne? Ist das Team Deathmatch hier eigentlich? Ja. Mhm. Ich höre mal meine Sniper aus, glaube ich. Habe ich ihn überrascht? Da habe ich ihn überrascht. Bin ich mit dem Auto umgefahren, habe ich ihn mir dann geholt. Höh. Oh, lustig. Oh, ey, wie er einen Cheater platt macht, ey. Ey, Kollege. Boah, Alter, David. Nee. Ja, das war wohl nichts, ne? Das war wohl nichts, David. Ach, komm, fick dich doch. Wo denn? Ah, ist sicher nicht sicher. So hinter der Mauer, oder? Hast du dir so gedacht, ne? Ekelhaft. Oh, mit der Shotgun hat er mich geholt. Boah. Jumil, stirb. Oh, Rossi, ey. Schieb dir gleich mal was in deine Rossi. Subinator. Du darfst nicht retten, dann sieht man dich auf dem Radar, ist nur so ein Tipp. Nee, doch egal. Krieg alles wieder ein, um die Ohren. Ich weiß gerne, wo die Gegner sind. Oh, anscheinend geschossen, auf mich wird geschossen. Nein, Hilfe, nein. Der Noda Rider hat mich getötet. Easy, easy. Da oben auf dem Dach. Jawoll, ich hab Rossi. Ey, immer nur Rossi, was ist denn los hier? Kannst du Rossi? Nein, Dennis. Oh, Medikid. Oh. Oh. Was ich immer geil finde, ist, ähm, die Musik bei den Missionen. Och, alter. Shotgun, ey. Oh, Christi17 hat ihn eine Nachricht gesendet. Möchtest du mal einer Party beitreten? Nee, er hat mich gefragt, ob ich in seine FL darf. Umgekehrt. Es ist leider so, dass bei Xbox Live die Freundschaftsdinger ja auch begrenzt sind, ne? 100 Stück immer nur. Da kann man leider nicht jeden. Oder oben, da oben. Bist du da, ist auf dem Dach? Ja. Ah, gut. Oh, ich schieße ich trotzdem mal ab. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein, diese Cheetah-Sau. Ey, was ist los denn bei dem? Ich bin so ein Mongo, der sich selbst nicht hochzocken kann und schiedet sich dann hoch und kauft sich schön alles, ne? Asi. Da sind immer die Experten. Die werden sich total cool fühlen und die Eier kraulen, wenn man am zocken ist, weil dann hat sich nur voll was geleistet hätte. Hätten Fahrzeuge rum, was denn das? Ja, kannst du ja in Autos einsteigen, ne? Ne, Söldner, alter. Hä? Komm, yes! Hat einer Söldner beauftragt, krass. Finde ich nicht gut. Boah, mit der Shotgun hat er mich wieder geholt, ey. Ich werde bekloppt wie ein Ferdinand. Franz Ferdinand? Franz Ferdinand. Ferdinand. Niederlagenserie. Boah, ey. Kann mal besser an der letzten... Also, heute die Jobsfolgen sind nicht so mein... Wie ist hier voll wenig los gerade? Ja, die sind irgendwo alle. Boah, dann wahrscheinlich irgendwo wieder... Schieß auf mich, schieß auf mich, komm! Wenn's nicht geil macht. Guck, diese Stimme, ey. Ich törne es an, wie du willst, Tobi. Ja, das glaub ich. Nein! Bossi, was? Alter, was? Was? Geht so ein Mini-Würstchen, weißt du? Ach, weil dieses Scheiß-Ding da im Weg war, ich glaub's nicht. Oh, jetzt hab ich endlich mal wieder... Ach, Alter, ich... Ey. Besteht's denn überhaupt? Oh, 1818. Okay, es ist eigentlich ausgeglichen, das ist ja gut. Wo denn, wo denn, Alter? Du bist gespawnt, du bist von hinten. Hä? Von hinten. Irgendwann bist du gebankt. Äh, abknallt. Ach, wo? Was? Das ist ja da oben auf dem Dach. Die Leute, die das machen, sind so feige, ne? Du hast das nicht grad selbst gemacht. Ähm. Ich hab mir Angst, immer wenn's so ruhig wird... Da kommt auch einer da hinten. Ah, da wo du grad hinguckst. Sei es irgendwo ein Herr oder ein... Nee, ich weiß es nicht. Mehrere. Ah! Ich geb dir einen Heather. Ach, was? Oh, heide Witzker. Kapitän, Mülle mit dem Bildschirm fahren. Oh. Ja, ich hab ihn weg, Sniper, du Cheetah-Schwein. Hahaha. Dreckig. 25 zu 21. Yeah. Let's Play-Unkel ist der stärkste Spieler gerade. Wen wundert's. Und die denn wieder? Stand hier. Hahaha. War erwischt? Boah, hast du hier auch erwischt. Boah, Kill-Serie. Endlich mal wieder. Ich bin tot. Geil. Aber ich hab endlich mal wieder drei Kills gemacht hier. Ich hol einen Defibrillator raus und wieder belebe dich. Willkommen bei Battlefield 4. Warte, scheiße. Was? Was? Äh, Tobi, was? Da ist der Tobi hier hinten. Ey, schreck mich doch nicht so, Tobi, ey. Da ist einer. Da hängt einer. Ja, Mann. Hahaha. Weißt du, du findest immer so Dollar-Pakete vollgepackt und dabei sind es einfach nur fünf Dollar. Ja. Können wir uns einfach so einen Taler dahin legen oder so. Kill-Serie. Oh. Ich hab dir den Arsch getötet, Tobi. Bin eh tot. Dann hab ich's versucht. Ach, komm. Ich tut für mein Blut gut, dieses Spiel. Durch, dich, Puls. Rücken. Ah, da rennt einer. Da oben, Tobi, über die. Drecksache. Ach, komm, ey. Oben auf dem Dach. Guck mal, oben auf dem Dach. Ja, ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon. Ja, toll. Oh, ja. Wo kommt der denn schon wieder her? Ja, du... Oh, ich bin auch versorgt, dass ich nicht ausfallen werde. Ja, hau raus. Nee. Emotion, zeig die Emotion. Eine einzige Emotion ist, wenn ich ihm das Messer in den Kopf stecke. Was? Ach, komm. Dieser Sch... Ah, genau der. Level 538.000. Ich sag dir auch nicht, wenn er irgendwann unter der Brücke schläft. Pennerarsch, ey. Mir egal, ob ich hier Ausdrücke sage. Ja, ich sag Ausdrücke. Was machst du denn da, ey? Keine Ahnung. Wir fahren einfach weg. Wir lusten mehr auf Schießerei, hier. Keine Lust mehr auf Krieg. Ich... Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich kann nicht mehr klar. Ich kann nicht mehr klar. Ich kann nicht mehr klar. Jawoll. Ich kann nicht mehr klar, ey. Victory. Ja, aber wenigstens gewonnen. Ich reine nach einer Wiederholung. Boah. Nee, die gibt es denn. Ich hoffe viel. Boah. 12.000. Boah, aber viele Erfahrungspunkte, ne? Ja. Wir haben gewonnen. Tobi, das geile Frischchen. Tobi, warum spielst du eigentlich eine Frau? Das fragen mich so viele und ich bin müde, es zu erklären. Guck mal, ich bin der Einzige, der gewettet hat. Was hat ihr denn für feige Säcke hier? Ach, aber weißt du, so 400 ganz vorsichtig. Ja, 400, ne? Das ist bei Playmassive 10 Monatsgehälter. Wiederholung. Wiederholung. Nee, nicht nochmal, oder? Doch, nochmal. Ja, okay. Nee, komm mal klar, ey. Wenn du Krieg haben willst, komm vorbei. So. Wir spielen das Ganze hier nochmal. Jippe-de-dey. Nochmal, nochmal. Boah, ich hab das so gehasst. Vor allem, wo liegt da der Sinn bei den Teletappis? Dass sie eine Szene nochmal zeigen. Weil die einen verfickten Bodenstaubsauger haben, zur Hölle. Und weil die fallen... Tappitos, wie hieß der? Tappitos, wie hieß der? Nono. Nono? Keine Ahnung, ich hab die Videos geguckt, aber... Nono heißen die. Hieß der. Der hat immer Tappitos gemacht. Aber die hatten auch einen Monitor neben dem Bauch, ne? Oh, der Cheater hault ab, Gott sei Dank. Komm nie wieder. Los geht's. Boah, der Penner wiederkommt, ey. Komm, ja, noch Disconnect. Ja, ist mir egal. Level 18 hat er auch. Ist das süß. Peter Sarazza spielt von den Bahamas mit. So, ich hab alles. Ich brauch nichts. Achso, ich muss noch wetten. Ich muss noch mal hier wetten. Ja, ich wette jetzt auch mal. Da verlieren wir bestimmt. Ich wette jetzt einfach mal 2000. Boah, bin ich mutig. Oh, Tobi. Mir läuft richtig der Schweiß da runter. Die wette platziert? Ja, okay. Okay. Jetzt müssen wir auch gewinnen. Ich hab 2500 gemettet. Tobi, die Penner, Tobi, die Penner. 2500? Mhm. Wie viel Geld hast du denn im Spiel noch? Drei Millionen. Drei Millionen? Nein, Quatsch. 150.000 oder so. Oder 200.000 knapp. Wollte ich schon sagen, ey. Das wäre ja richtig krass. Ich bin auch einer von den Cheatern, weißt. Ich beleidige den nur immer. Nee, Jungs. Ähm. Ihr macht doch Platz. Jetzt sind wieder die richtigen Autofahrer, ey. Ich bin wie undercover jetzt hier. Oh, ich bin tot. Die kommen durch die Mitte übrigens. Elektrotitte? Ach, Dennis. Also, jetzt. Ich mach doch nicht mehr Werbung für die beiden. Ah, ey. Let me respawn. Boah. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Oh. Oh. Alter, was? Da hast du nicht ein Schallye auf deine... Ne? Okay. Brauche ich nicht. Ja, okay. Ne, dann zieht man dich auf dem Radar, Tobias. Ja, das ist mir doch wurscht. Schnupp, Piepe, egal. Hey, der wird eine Straßenbahn. Hammer, geil. Affe, Sommer. Hey, ich muss noch irgendwo bei dir sein. Die spawnen doch ja alle. Da hinten, guck. Da da, ne? Du hast ja auch einen Schieß mit dem Sniper. Näh. Da bin ich nicht. Wah. Rosalinde. Hey, ich hab einen. Sind die auch Gegner? Ja, das sind Gegner. Rossi kam von hinten. Die mag's von hinten, die alte Bitch. Also, im Spiel, ne? Die Rossi. Wahrscheinlich voll der behaarte Mann so. So ein Gronkh. Lecker. Oh, ja. Ein Gronkh zum Mitnehmen, bitte. Läuft der Tobi, okay. Guck mal, haben wir keine Worte. Die sind zu dritt. Ja, aber trotzdem. Toll, ey. Oh, ihr legt Blut. Geil. Nein! Oh, Manu. Der kämpft da, Alter. Der kämpft da irgendwo in so einem Kanal, oder was ist das? Ich hab das jetzt nur noch... Bitte was? Ach. Was ist denn irgendwo hier, wo... Wo, Dach? Tobi, da oben. Da oben auf dem Dach irgendwo. Hier oben? Hm. Da sitzt irgendwo einer. Am Ende throw, er Haftbombe. Da geht die Olli-Kant. Kanate. Nein. Der Schweinehund. Ich will bestimmt nicht mehr da oben. Ich weiß, dass er da oben ist. Ich kletter mich auf. Ja, ich bin tot. Ja. Schön. Rossi, du kleiner... Da oben auf dem Dach kämpfen. Wann das Dach geht? Can't believe it. Der James. Warte, warte. Warte, Tobi, warte, warte. Oh, ist die noch? Ich hab ne Snipe. Der einen hab ich. Oh. Wo kam der? Oben wieder auf dem Dach sitzen so. Ach, das ist doch Muschi-Verhalt. Oh, jetzt mal ehrlich, das ist doch echt Muschi-Verhalt. Das erste FFC Frankfurt ja noch mehr Mann als ihr. Oh, der Mann kann heißen. Das ist eine Frauenmannschaft, ne? Oh. Ohohohoho. Oh. Fliehen Sie? Ich bin nicht. Komm. Ja, ich hab dir noch ein Dach geschnippt. Ja? Ja? Ja. Was ich ja lieber. Ah ja, hinter mir ist einer gespannt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hinter mir auch. Also hinter mir kam der Notarider. Mit einem Lowrider. Wie lustig, ne? Kleiner Witzbold. Schau Sie mal, dein Auto. Witzbold. Jetzt fahren wir wieder ein, steigt so. Hey, das ist so ein Elektrowagen. Die Treppe. YOLO. War der rückwärts? Der ist hinten, ist er nicht so, ne? Ja, ich glaub hinten könnt's, warte mal. Ich hab auch bei den Ludovs mitgespielt. Klappt super. Fahr mal hier über die Rampe, du Schlampe. Bitte was? Bitte was? Typ Stevens. Oder vorne. Ja, geil. Warte, warte. Das Auto fährt von alleine. Weil ich tot bin. Hast du den Fuß auf dem Gaspedal gehabt? Wenn ich sterbe, dann du auch. Wie geil, wie das Auto sich selbstständig macht, ey. Hast du dir so gedacht? Der Tobi? Nee, 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 Mist, ich fingere nicht, ich fiste, was? Mit was? Da oben wieder auf dem Dach. Da oben. Da oben auf dem Dach. Mando Schlawina! Mando Schlawina. Das ist die neue Eissorte. Wo auf dem Dach? Ach, da hinten. Gucke mal. Ey, das ist doch mies. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann man denn nur so ein verpisster Schlappschwanz sein? Alter. Glaub ich nicht. Nein, Isa, wieder dahinten. Isa, wieder. Rumgecampern. Trotzdem verlieren die, ne? Na, lustig. Schwier, wo, 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 wo? Ich bin jetzt auch mal auf dem Dach. Ich hasse das, wenn der Bildschirm so grau wird, wenn man in der Niederlagenserie ist. Ach, sie? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Die stehen auf je... Ey. Die stehen auf... Da drüben stand noch einer. Den hab ich jetzt auch noch geholt. Auch auf dem Dach. Ah, das ist doch nicht wahr, Alter. Was? Au. Das war dumm. Aber trotzdem. Schaukeln das Ding aber hier. Schaukeln gleich mal eine Eier. Ah. Ich hab nicht mal welche. Immer ins Detail, ey. Was? Say what? Oh, wie die Rossi voll Blei gepumpt haben. Ey, wenn die diese Runde gewinnen, ne? Nicht einen Anfall. Sind wir da oben auf dem Dach, Trubi. Da oben. Wieder? Da ist der Dauid. Warte mal. Nicht schon wieder, meine Genossen. Äh. Ich hab letztens gehört, ob wir beide eine Affäre hätten. Ja. Ja, das war ich, ne? Natürlich. Und ob ich dich liebe wie ein Bruder. Streich das Wort Liebe und dann ist okay. Ja, genau. Robi und ich für eine Dreierbeziehung. Ja. Mit. Also. Ja. Komm, zeig dich. Oh, ich sag besser. Oh, nix mehr. Jeder. Jeder hinten sitzt und wartet. Komm, zeig dich. Ey. Ich hab ihn. Ach, Rossi. Ich möchte nur noch weinen. Rossi, du alter. Rossi. Hüäh. Hüäh. Gibt jemand an die Schulter für mich. Ich möchte mich gerne an den Beinen. So. Neun. Ich stehe oben auf dem Dach, wa? Komm, ma. Bist du drauf, wa? Bist du da auf dem Dach? Oh, auf dem Dach. Oh, ja. Wie das steht, ey. Hinten kommt wieder einer, wo du grad hinrennst. Rossi. Lach, lieber mal Fux. Statt auf, Tobi, warte mal. Hm? Gut. Ne. Kann ich für sie tun. Äh, ich weiß auch nicht. Der Weed, okay. Ja. Der Weed ist tot, das ist nicht gut. Nein! Oh, oh. Von da hinten. Oh. Oh, ich sollte rennen. So, wer schießt auf mich? Verhauf. Stop it, peace. Ich bin von irgendwo an, ich schlusser mich. I came in peace. Es ist zwar assi, dass wir das gleich machen, wie diese anderen Pattenhasen hier mit dem Dach, aber... Ja, ja, immer ja. Ja, 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 ja. Oh, ich bin weggeschossen. Ja, ja. No. Berlin News. Und noch an Ordnungsstelle starb sie einen grausamen Tod. Hier wurde durchlöchert. Bitte was? Guck mal, Siganove. Was? Siganove. Oh, da lief gerade ein... Hä? Der sitzt im Auto! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Bleib stehen, Junge. Los mit dir. Yeah! Schöderdingen. Wir haben euch genutzt, obwohl ihr gekämpft. Ziel erfüllt. Erledige einen Gegner, wenn du auch... Wenn du namen tot bist. Oh, cool. Und Knete gibt es auch noch ganz viel. Von der Führungspunkte. Boah, 11.000. Geil. Klatschen, Moset. Geh wieder. Geh wieder. Hat Spaß gemacht. Super. Ja. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Da war hier Devi, Devi, Deathmatch. Ich wünsche euch dann schön Dachhaut rein. Und mache die Hunde, ne, Tobi? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hübs die Wins.